wie ist das ananas wer war das das ist der welt Das hat auch keiner gemacht. Andi, du warst nicht gemutet. Oder? Also es war für Andi. Es kann sein, dass ich nicht gemutet war. Achso. Ich werde gegen gerannt. Ich bin echt... Hey, Bro, vote doch nicht direkt. Jetzt hört doch mal meine Story noch an. Also, ich... Warum war Schlau-Ton nicht gefixt, ist ja mein nächstes Fall gewesen. Okay, ich komme jetzt das und ich bin es, aber es macht keinen Sinn, wenn alle voten und eine darf nicht mehr was sagen. Ich habe mich selber gevotet. Ich habe mich trotzdem selber gevotet. Wie oft habt ihr das schon bei mir gemacht? Alter, als die Fräse, Fabian, du hast keine Ahnung von dem, was ich mache. Du siehst doch nicht mal, wer votet. Natürlich. Wenn Machen laut nacht und du irgendwas sagst, dann ist es doch klar, dass es Andi ist. Scheiße, Flo, hätte ich jetzt jemand anders gevotet, dann wäre ich es gar nicht... Ja, dich hätte ich gevotet. Hättest du mich gevotet, dann... Aber das hätte ich ja nicht gemacht. Deshalb habe ich auf mich gesetzt. Halt die Fräse, du hast keine Ahnung, Fabian. Tschüss, Leute, Jungs. Schmeißt deinen Becher in den Müll und dann kommt er mit so einem Scheiß. Ja, das war ein bisschen auffällig. Aber laut meinem Discord-Overlay war Andi gemutet. Ja, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn lachen hören. Wir waren nicht gemutet. Kalbährende Welt. Also wenn es Andi ist, dann bin ich gleich tot. Warum heißt Moritz eigentlich Mothitz? Was? Das ist ein nice... Was passiert hier wieder? Was macht James? Ein sehr auffälliges Verhalten, Ramses. Okay. Hm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Man kennt's. Was war das? Hoch, runter, hoch, runter, hoch. Was ist da jetzt zu? Junge, Alter, wo Andi lebt noch? Geht's so lang? Äh, Jungs? Jungs? Ja. Also Andi? Ja. Hat's dich nicht gebockt, dass ein Fahrerbein-Admin liegt? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Wo war der? Der lag beim Cardswipe. Nee, ich habe den nicht gesehen. Nee, gut, aber Cardswipe hat er noch nicht gesehen, oder? Von der Entferner. Ich weiß es nicht. Nein, nein. Ich glaube so, Alter, es kann doch nicht sein, dass alle da leben. Also ganz ehrlich, ich glaube das jetzt auch Andi, weil es wäre so... Ja, ich glaube es ihm auch, aber es stand zu dritt in Admin und dann so laufe ich da tiefer rein, so, oh, Report, hä? So, ein Gitter, wo warst du? Ich war, Ding, äh, Storage anfangs. Mhm. Da habe ich Wires Emptitude gemacht. Mhm. Dann habe ich Shields gemacht und dann bin ich hoch zu, ähm, ähm, O2, nochmal. Wann warst du Shields? Was heißt nochmal, O2? Ziemlich anfangs. Dann hätte ich dich aber sehen müssen. Was heißt nochmal, O2? Ich habe dich aber auch in Storage nicht gesehen. Ich bin runter ins Storage. Warte, ich bin auch die andere Richtung. Ich bin auch in Fabrication. Und dann habe ich kurz gewartet. Ui. Was heißt nochmal, O2? Nein, da haben wir uns doch, haben wir uns doch auch gesehen. Wir haben uns nirgends gesehen, ne? Was heißt nochmal, O2? Du bist runtergelaufen. Ja. Von O2 runter. Ja. Da bin ich von oben gekommen. Von oben runter. Was soll der Scheiß? Du bist von oben runter? Ich dachte, du kommst schon unten hoch. Nee, nee. Ich bin von Storage. Und dann bin ich an dem Ding vorbei. Jungs, das ist jetzt hier null produktiv. Was heißt nochmal, O2? Hä? Was heißt nochmal, O2, James? Hä? Das ist da, wo man, äh... Du hast gesagt, du warst in Storage. Dann warst du noch irgendwo. Und dann bist du nochmal in O2. Du hast das erste O2 nicht erwähnt. Ja, nein. Ich habe den gleichen Taskwind, Storage in O2 gemacht. Ach so. Erst Storage, dann O2. Weil dann bist du Imposter. Nämlich die falsche Reihenfrage. Erst Storage, dann O2. Nee, irgendwie. Erst, normalerweise ist... Ah, ja, egal. Vielleicht hat er ja vergessen, das erst zu sagen. Ist mir jetzt egal. Ich habe meine Task fertig. Oh nein, James. Ja, ja, er hat es vor den Kameras gemacht. Nice. Marvin? Nice. Ich habe Zonky-Doing-Töten sehen auf der Cam. Hast du das gleich begonnen? Ja, ja. Ich bin fertig mit Aufgaben. Es war vor Admin. Es war der Plan. War der Plan. Ja, das ist gemutet. Das ist gemutet. Ich habe Card-Swipe gemacht, bin rausgelaufen und er lag tot vor mir. Du hast ihn getötet. Jetzt sag mir einen guten Grund. Nenn mir einen guten Grund, warum ich sein soll. Weil ich fertig mit den Aufgaben bin. Weil ich gesehen habe, dass Andi an Kameras ist, als ich im Inbriber. Außerdem waren die Kameras die ganze Zeit an. Hättest du sehen können. Deshalb bin ich da hingestanden, als das Licht ausging. Ich wollte auch gerade zum Emergency-Meeting laufen. Kannst du mich tanzen sehen? James? Ja, ich hatte tanzen. Das war tatsächlich mein Plan. Ich habe gedacht, du bist gut. Aber gut gespielt. Sie haben das gut gespielt. Das war tatsächlich mein Plan. Weil ich habe dich da am Card-Swipe gesehen. Und da ich dir ja nicht vertraut habe. Ah. Und dann ging das Licht aus. Und dann habe ich gesehen, dass die Kameras an sind. Und dann bin ich da hingestanden. Ja, und man sieht bei Kameras, trotz dass das Licht aus ist. Das hat mich auch gewonnen. Ja, das sieht man. Endlich. Endlich bin ich mal im Po. Ja. Und dann hat keiner eine Aufgabe in Ad Gravateria. Hm. Sind dann alle. Eins, zwei, drei. Dirt. 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 Ich muss jetzt langsam killen. Langsam. So langsam wird es Zeit. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann die Mute. Erfahrbar. James aus Ad. Ah. Hatten wir auch noch nicht. Heute. Egal. Abortieren wir mal Coms. Da hole ich mir jetzt meinen letzten Keller. Niemand kommt. Oh. Oh. Ich war gerade geschlossen. Upper Engine, Cafeteria war geschlossen und Coms wurden in der Zeit aktiviert. Wann war... Oder das sind genau die zwei Tode, die ich gesaved hätte. Oh, fuck. Wann war Cafeteria geschlossen? Ähm, ich hab da... Weil ich bin gerade von Cafeteria, von Admin, von mein... Da hab ich jetzt meinen Card-Swipe gemacht und dann bin ich zu Coms gelaufen. Ich bin von O2... Und da sah es offen aus, aber weiß nicht. Ich bin von O2 Richtung Cafeteria und dann war ich drinnen. Und dann hab ich gesehen, dass die Tür zu war und dann bin ich wieder raus. Also Richtung Upper Engine raus. Ach so, ja. Weil ich bei Security meine Tasks machen wollte. Ich wusste ja, was ich tun muss und ich hab nur noch wenig Tasks. Ja, ich hab auch noch eine. Wo warst du denn? Ich war zuletzt auffüllen, Tank mal wieder. Und war gerade auf dem Weg, um einzufüllen in Lower Engine. Dann hast du Upper Engine aber auch schon gemacht. Ja, Upper Engine habe ich schon gemacht, ja. Baba war aber auch vorhin an Camps. Das hab ich gesehen. Ja. Da hätte mich Flo eigentlich auch töten können. Kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, wo die Leichen liegen, dass er vorher jemanden getötet hat, aber... Keine Ahnung. Ich bin ehrlich. Ich hab diese Runde keinen getötet. Aber... Kann natürlich jeder sagen. Ja. Ja, was machen wir? Wir müssen bauten. Ich weiß es nicht. Ich wollte dich, Fabian. Ja, okay, baut mich. Du bautest dich. Basti. Basti. So, glücklich. Na, leider, Janis, du Fichser. Hä? Moritz hat doch keine Ahnung. Ja, fick dich, Janis. Tschö, Janis, schon Runde gewonnen und jetzt? Ich bin tatsächlich glücklich. Was hast du jetzt davon, Janis? Geh immer nur mich vor. Geh immer nur mich, mich, mich. Hä? Ja, weil du und dich war du. Aber er hat... Natürlich was, aber... Dropper Engine. Aber nein, ich weiß es. Ich war ein Knorr-Engine-Vogel. Keiner was. Ja, aber das war ein Knorr-Engine. Moment, doch die Leiche. Junge, da kam mir doch Flo entgegen. Dann verteidig dich nächstes Mal besser und steh einfach nicht nur tatenlos da und zahle. Du hast schon gesagt, Alter, du hast schon auch ein Knorr-Engine-Vogel gesagt. Ja, aber Jungs... Sag mir doch einfach, wo die Leiche lag, wenn ich nicht spiele. Hab ich doch von Anfang an gesagt. Von Anfang an hatte ich jetzt gespalten, Kupse. Was? Hallo, Jungs. Ich spiele keine Morgens mehr. Jungs. Jungs. Ich hab nie die Türen in Cafeteria geschlossen. Ich weiß nicht, was James dafür... Doch, ich war geschlossen. Ich hab dir aber nicht zugemacht. Doch, dir ist zugemacht. Ja, muss ich ja.